Katholika, yo. Und... Wie kommst du damit so klar? Es ist, es ist eine harte Last, das muss man schon zugeben. Nein, eigentlich ist es ganz geil, weil man hat so im Vergleich zu den Evangelisten ziemlich viele Freie-Schultage. Kombo-Kill? Geil. Echt jetzt? Ja. Oh, geil, mach ich weg. Wir können ja bei, wir können ja fast bei jedem, äh... Bei jedem Feiertag können wir einfach in die Kirche gehen und aus der Schule raus. Ja, aber hier irgendwie, ich glaub der Islam oder so, ne? Der hat auch richtig viele Feiertage noch extra. Aber wo, wo ist denn der? Der ist da hinten auf dem Haus. Ist sowas von Tode? Jetzt nicht mehr. Wow, alter, fuck. Der hat voller Oberkörper getroffen. Ich seh den gar nicht. Ach, da ist der. Alter, der ist ja... Und da unten ist noch einer. Der hat mir grad in die Fresse geschossen. Ja, ist nicht so gesund, ne? Für so'n Scheiß hast du doch die Pistole, Mann. Du kannst dich mit ner MG auf Long Range schießen, Mann. Ernsthaft. Ja, sorry, ich bin... Ich bin... Ich bin Shooter-Noob. Ja. Fuck. Respekt. Komm, lass einfach wegfahren, kriegen. Ah, okay. Ah, okay. Wee! Ja, aber die Piraten, die kriegen noch nichts hin. Ganz ehrlich. Ja, aber ich denke mal, dass es halt viele Jugendliche, die wählen werden, weil die halt für das sind, was viele Jugendliche wollen. Wahrscheinlich stürzt gleich wieder das Spiel ab. Mal schauen. Für was sind die denn alles? Ja, halt, die wollen die Copyrights abschaffen. Ist auf einer Seite natürlich scheiße, aber auf... Ja, finde ich zum Beispiel scheiße. Aber auf anderer Seite halt... Ja, Warface funktioniert nicht mehr. Ähm, okay. Äh, bis... Bis gleich. So, jetzt läuft Traps auf alle Fälle. So, dann moin. Tachchen. Ich hab mal hier ein paar Leute mit eingeladen, jetzt in den Raum, und jetzt spielen wir einfach mal zu fünft. Ja, die Daily Mission. Richtig. Das ist halt jetzt die nächste Map. Es gibt immer drei Maps. Einmal Rookie, sprich Anfänger. Die haben wir gerade einmal verkackt. Und danach geschafft. Und dann gibt's die Daily Mission. Die macht man und kriegt dafür halt mehr Punkte. Und dann gibt's noch Double Rookie, da bekommt man das Doppeltein. Ja, und diesmal... Die ist dafür aber auch schwer. Und es gibt Teamkill. Und diesmal spiele ich einen, äh, Medic. Einen Medizinmann. So. Sanitöter. Sanitöter. Das ist nice, das hab ich aber noch nicht gehört. Echt nicht? Naja. Und wie man sieht, ist hier Snake Plissken mit dabei, der fast nur Headshot macht. Und wir deshalb einen sehr hohen Score-Multiplayer bekommen. Wir würd ich, wir müssen noch ein bisschen mit meinen, äh, Zuschauern vorsichtig sein. Die sind bei mir ja eigentlich nur an Spongebob gewöhnt. Ich mag Spongebob. Ja, hallo, wer nicht? Aber wie kommst du darauf? Wie meinst du das? Yay. Dass sie an Spongebob gewöhnt sind. Weil ich Spongebob LP ja. Ich mag Spongebob. Ja klar, wer nicht? Also. Alle sagen, alle sagen, Spongebob ist immer für kleine Kinder, aber das stimmt doch gar nicht. Erst wenn man älter ist, kapiert man den Humor richtig. Zeig niemals kleinen Kindern Spongebob, sonst wären die so wie ich. Das ist keine gute Idee, glauben wir. Ohne Scheiß jetzt. Äh, warum schießt du noch weiter? Weil, warum? Übrigens, gleich siehst du, glaube ich, deinen ersten Heavy Gunner, oder? Das heißt? Das ist so eine Art Juggernaut, den wir umlegen müssen. Der ist auf dem Rücken, hat der so ein Energiezeug, und das musst du treffen. Oder ihn mit dem Defibrillator treffen. Beziehungsweise abdefibrillieren, wie das heißt. Okay. Wie heißt das, der hat zu Defibrillator? Wiederbeleben. Dann musst du ihn wiederbeleben, damit er stirbt. Ah, okay. Das ergibt Sinn. Fuck logic. Okay. Sag mal, muss ich als Medic auch Leuten helfen? Ja. Nein. Nichts. Nichts. Müssen ist ja immer so eine Sache. Wollen, ne? Richtig. Sollten. Ah, jetzt ist er, der Heavy, Heavy Rain Typ. Heavy Gunner. Den verbaggen, den backt wahrscheinlich Snake gleich, genau. Jetzt komm mal mit mit mir, hier. Wo bist du? Ah ja, seh dich. Ach, Brot. Wir laufen durch die Tage von jemandem. Dann müssen wir jemand andauern. Das ist ekelhaft. Und das sagst du zu Spongebob. So, gucke. Zuschauer. Ja, komm. Ach, geil. Ah, lauf dran. Er lief rum. Ach, ist er das? Wer? Ah. Ah, nicht auf mich schießen. Der Erleganer. Nicht auf mich schießen. Komm, schießt auf mich. Vor so ein Arschloch. Bringt das überhaupt was, wenn ich auf ihn drauf schrotze? Kommt drauf an, wenn du ihn hinten killst. Wenn du ihn hinten triffst, ja. Okay. Oh, das ist nice. Wir haben ihn während des mal fünf Multiplikators umgelegt. Oh ja. Ah ja, für die, die es interessiert, der Multiplikator entsteht, an dem man schnell viele Punkte erreicht. Okay. Durch zum Beispiel Headshots, Dichibu. Megaframe and Rock. So, eh. Wer will, wer will. Wer hat noch nicht. So. Das war's jetzt schon. Nein, das war nur die erste Map. Erste Map, ja. Zweite kommt noch. Oh, ich bin dem Typ voll in die Eier gerutscht. Sorry. Da müssen wir jetzt ein Auto beschützen, welches die ganze Zeit von Raketenwerfern-Mackern abgeknallt wird. Ah, okay. Beziehungsweise die versuchen halt. Ist ganz lustig. Oh, es hat gerade geblinkt hier drin. Ei. Oh. Eicht. Wir waren übrigens bei der Piratenpartei. Bei der Piratenpartei, genau. Die. Oh, es geht schon weiter. Jupp. Ähm. Die sind halt gegen. Ähm. Äh, ich mein, die wollen halt die. Bla. Äh. Ab, 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 abschaffen. Die. Copyright. Copyrights, genau. Don't shoot. Warum killen die denn jetzt schon alle? Egal. Ja, eigentlich, man sollte erst schießen, sobald er gelandet ist. Weil dann die Gegner alle da sind. Und du dann ganzen Brains mehr schon alles machen kannst. Und dann wird schon wahrscheinlich mal zwei Multiplikator. Den müssen wir beschützen. Wen? Ja, ja, genau, dieses kleine Drumrum. Wir bringen diesen, diesen Metallteil, die sind Raketenwerfer drin, die wir später noch brauchen. Ah, okay. Wie in jedem Ballerspiel. Oh mein Gott, da ist ein Helio. Oh, was ein glücklicher Zug. Da liegen Raketenwerfer rum. Ja, ich bin ja, ich finde ja, die AfD ist irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die. Ich hab mal beim Valomat deren Antworten angeguckt und fand die echt gut. Äh, was ist das jetzt? AfD. Müsste dir eigentlich was sagen, oder? Belebt immer wieder. Bei mir geht das grad nicht, weil man Defi... Du weißt, wie man den Defi... Nö. Äh, okay. Äh, lauf mal nicht hinterher, hinterher, weiß nicht. Ich bin ja... Warte mal, lauf mal nicht hinterher. Du bist für die... Okay, doch müssen wir. Also ich bin ja für die PDF. PDF? Oder die AVI. Äh, die, ja, die AVI. MP4 ist wie geiler. Ja, MP4 ist auch ganz gut, ja. Wuhu. Okay. Also, äh, die AfD da sagen immer alle, die sind für den Euro-Ausstieg, ne? Achso, ja. Noch nicht gehört? Nö. Ich weiß eigentlich... Ich beschäftige mich nicht sehr viel mit Politik. Und wie wollen wir denn drüber labern? Wir tun so, als wüssten wir, was los wäre. Aber ich weiß noch, was los ist. Spiel mit. Spiel einfach mit, du Sack. Ich will doch aufspringen. Wee. Okay, das geht nicht. Ey, warum wählen wir nicht die PAP? Papp. Ja, Patrick Partei. Wenn eine Zuschauer... Die... Davon gibt's ein Wahlplakat. Ganz leicht. Ich weiß nicht, ob es die Partei wirklich gibt. Aber das Plakat gibt's. Okay, es gibt den Jedi-ismus als Religion, also. Ist sogar an der Karte Religion. Ich weiß. Die Homer Simpson-Religion ist übrigens auch anerkannt. Geil. Ich glaube, ich tritt dabei. Oh ja. Ich sehe hier keine Gegner, verdammt. Ach ja, wenn du fast tot bist, dann kannst du hinter den Wagen ein bisschen hinterherlaufen und dich dabei selber heilen. Ich bin sowieso Letzter, also. Pff, ah ja. Ich nicht. Toll. Was für ne Logik. Ich bin Letzter. Toll, ich nicht. Was denn? Du wirst halt Letzterer als ich. Du schießt da gerade nicht wirklich mit ner Shotgun drauf, oder? Äh. Du bist Arsch. Nein, ich schieße da mit dem Defibrillator drauf. Auch wenn du ein Noob bist, das ist Arsch. Das war ich schon die ganze Zeit, Mann. Oh. Ich wusste gar nicht, dass ich mir eine Pistole habe. Oh, Mann. Aber die Pistole ist schlecht. Ich würde dir dringend empfehlen, die, äh, eine Pistole, die von Anfang an frei ist, zu kaufen. Don't shoot. Okay. Ich lese, ich lese immer Snake Pissen. Ah ja, man fang auch immer. Du gewöhnst dich dran, glaub mir. Warum kann ich nicht das Geschütz machen? Und warum sollen wir noch nicht schießen? Kein Plan. Ach, jetzt kann man da hinten irgendwas snacken. Die Raketenwerfer schon. Sollte man das schon machen, oder noch nicht? Es, äh, gibt's noch welche? Nein. Ja, hat der schon kaputt gemacht hier alles. So. Warum sollen wir den nicht auf den schießen? Haben wir doch schon. Ach, der ist tot. Ich hab gedacht, der hockt da und... Und? Äh, ja, wartet halt so. Achso, ich dachte gerade. Nein, nein, der war nicht, äh, der war nicht dabei, ins Gebüsch zu kacken. Bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Stalkst du ihn? Hm. Wer weiß. Na, jetzt ist er tot. Nein. In deinem Herzen lebt der immer weiter. Oh, wir müssen gleich dem, 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 dem rum rum helfen. Ah, okay. Ach, das zuckt mal Tayo schon. Äh, es gibt ja das Spiel Stalker, ne? Das ist ja auch so ein Shooter. Echt jetzt? Ja, klar. Ach du Scheiße. Das ist total bekannt, dass du das nicht kennst. Kenn ich nicht. Ja, ich wollte jetzt halt... Oh, steck dich fest? Ja, deswegen schiebt er den jetzt da hoch. Ich halte. Wie geil die Füße aussahen. Nein, kannst du nicht mehr. Bei diesen Koop mit Actions, komischerweise, kann da oftmals nur einer das machen. Scheint auch so eine Art Bug zu sein. Okay. Wir haben ja einen Checkpoint erreicht. Oh, nice. Verlaufen. Oder bin ich da automatisch? Ja, Checkpoint ist, sobald einer da ist, zählt das für alle. Okay. Hast du wieder volles Armor, volles Leben. Ich... Ich lad mal eben nicht nach. Warte mal. Ich hab... Ja, es geht eigentlich. Äh, Leben ist voll. Wie zur Hölle schaffen wir es eigentlich hier raufzupacken? Alter, what the fuck, was der für... Was der für Points hat. Das ist unglaublich, der Erste. Snake Plüsken. Ja. Ich weiß. Halt doch gesagt, der macht die ganze Zeit Headshots. Das ist richtig fett. Ja, weil er halt die ganze Zeit zielt. Aber dafür brauchst du auch ein gutes Team, was sich die ganze Zeit heilt. Deswegen... Dafür gibst du an mich, ja. Oder dich. Eher weniger. Ja. Du schießt immer mit der Schrotze auf Long Range. Ja. Ich stelle mich hier mal kurz in die Ecke und muss mich mal kurz muten, weil ich mal kurz mit jemandem reden muss. Einen Moment. Der Heli kommt gleich, ne? Einfach einsteigen. Okay. Mache ich einen auf Alleinunterhalter. Verdammt. Helikopter ist inbound. Prepare for Extraction. So, äh, da bin ich wieder. Na endlich. Komm jetzt endlich ein Heli. Wui. 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 Ja, da bin ich schon lustig. Wui, 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 wui. Wetten dein Spielspiel wieder ab. Kommt jetzt nicht noch ein Level, oder? Ach nee. War das schon eine ganze Daily Mission? Ja, das waren zwei Maps. Und dann gibt es die Show. Geil, der eine... Der eine von Metal Jacket. Achso, das ist der Clan, in dem er ist. Verstehe. Ja, das Spiel ist abgeschmiert. Ja, wollen wir jetzt dann aufhören? Das ist auch schon irgendwie... Oder... Ja, gut, dann bedanke ich mich herzlichst fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich auch bei dir, Sushi. Ja, dann würde ich sagen... Ah, okay, nice. Sehe ich nichts von. Also, und die Zuschauer sehen auch gerade nur Black Screen eigentlich. Ähm, jedenfalls... Ja, nice. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Sushi. Und... Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Schauen wir uns wissen, was ein Abo ist. Haut rein!